Lautstark gegen Nationalismus. Unter dem Motto Ein Europa für alle sind gestern etwa 12.000 Demonstranten auch durch die Stuttgarter Innenstadt gezogen. Auf einer Kundgebung zuvor am Arnulf-Klett-Platz hat unter anderem Oberbürgermeister Fritz Kuhn das Anliegen der Veranstalter unterstützt. Sie wollen eine Woche vor der Europawahl mit der Aktion den Vormarsch von Nationalisten und rechtsextremen Parteien stoppen. Dazu wurde gestern europaweit in rund 50 Städten demonstriert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017